Das heißeste Eisen fürs Grobe aus dem Hause Touratech, quasi die legitime Nachfolgerin der HP2 Enduro, basiert auf der BMW R9T. Rahmentechnisch durch Unterzüge und vielfältige Knotenbleche zuverlässig verstärkt, sorgt zudem eine Telegabel für standesgemäße Federwege, so dass man auch bei groben Einlagen bestens gerüstet ist. Untertitelung des ZDF, 2020